Musik Herzlich Willkommen bei Play Paintball Revolution Nach der Einweisung nimmt sich jeder von euch einen Markierer und eine Maske bei der Ausgabe. Danach begebt ihr euch an euren Tisch und startet die Vorbereitung für das erste Spiel. Als Ausrüstungsgegenstände gibt es Masken, Markierer, Tiefschützer, Schutzweste, Halsschützer und Handschuhe. Den Brustpanzer zieht ihr über den Kopf und verschließt den Klettverschluss an den Seiten. Bitte zieht noch ein Kleidungsstück über den Brustpanzer. Dies bietet euch zusätzlichen Schutz und Halt. Der Halsschutz wird von vorne um den Hals gelegt und hinten mit dem Klettverschluss verschlossen. Zieht die Plastikclips auseinander, um die Maske enger zu stellen. Die Maske muss eng anliegen und darf nicht rutschen. Nehmt den Tiefschutz und legt ihn in die Hose. Für den Fortbestand der eigenen Spezies kann ein Tiefschutz wahrer Wunder bewirken. Zieht die Handschuhe so an, dass die Noppen auf den Innenflächen der Hände sind, um mehr Grip am Markierer zu haben. Euer Komplettsystem besteht aus dem Markierer, dem Hopper, der HP-Flasche und der Laufsocke. Zum Befüllen der Flasche zieht ihr die Schnellkupplung zurück und steckt den Schlauch auf den Füllstutzen. Drückt den Hebel nach unten, bis die Anzeige mindestens 2000 PSI anzeigt. Löst danach den Schlauch von der Flasche und geht zurück zu eurem Platz. Auf den Bildschirmen könnt ihr erkennen, wie lange die aktuellen Runden auf den Feldern noch dauern. Ein Mitarbeiter gibt euch Bescheid, welches Feld ihr als nächstes bespielen könnt. Geht geschlossen zur Schleuse und wartet, bis die spielende Gruppe das Feld verlassen hat. Zieht als nächstes die Masken auf und betretet das Feld. Legt die Laufsocken in die Behälter am Eingang. Die Sicherung löst ihr durch Drücken des mit Push-Fire gekennzeichneten Knopf auf dem Markierer. Wartet auf die Erlaubnis des Marshalls, um den Markierer zu entsichern und Probeschüsse abzufeuern. Sollte euer Markierer mal nicht funktionieren, schüttelt ihn leicht, damit Kugeln nachrutschen können. Falls das nicht hilft, zieht den Bolzen zurück und testet, ob die Flasche richtig festgedreht ist. Nachdem ihr euch an der Base aufgestellt habt, haltet die Läufe an die Startposition und wartet auf das Go! Die Teams stellen sich an den mit Burgen gekennzeichneten Schildern auf und versuchen, die Base des anderen Teams durch Abschlagen einzunehmen. Die mit Herz gekennzeichneten Schilder dienen zum Wiedereinstieg ins Spiel nach einem Treffer. Wenn ihr getroffen seid, hebt beide Arme, ruft HIT und klatscht euer mit Herz gekennzeichnetes Schild ab, um danach direkt weiterspielen zu können. Platzt einen Treffer nicht auf, könnt ihr weiterspielen. Das Aufheben von Kugeln vom Boden ist verboten, da Dreck zu gefährlichen Projektilen werden kann und den Markierer beschädigt. Ebenso ist das Schießen in die Luft untersagt. Nachdem ein Team die gegnerische Base erreicht hat, beginnt das Spiel wieder von vorne. Vor dem Verlassen des Spielfelds sichert ihr die Markierer und zieht die Laufsocken wieder auf. Am Ausgang prüft ein Mitarbeiter die Markierer. Erst nach Verlassen der Schleuse dürft ihr die Masken wieder abnehmen. Geht zu euren Platz und bereitet euch für die nächste Runde vor. Säubert Markierer und Maske. Füllt die Druckluftflaschen mit Loft, Markierer und Battlepacks mit Paintballs. Nach eurem Paintball-Abenteuer könnt ihr eure Sachen in der Abgabe einsortieren. Die Markierer werden am Markiererkontainer zurückgegeben. Und jetzt, start the revolution!